Dann hoffen, dass da ne Waffe drin ist, ansonsten kleine ich die alle bei der Fabrik selber weg. Das ist doch ein Deal. Alter, der hat so dicke Eier, ich will's einfach nur sehen, wie er failed, ey. Komm. Ja, Leo, ich würd dir übrigens helfen, weil ich auch ohne Piste. Okay, sehr gut. Oh, leg's vor uns, leg's vor uns! Hier läuft direkt einer. Den Weg um Alex, Leo ist auch im Boxschießen. Hab bestimmt fünfmal getroffen. Okay, er ist down. Nee, ich hab nur rausgenockt. Oh, Alter Momo! Ich hole ihn! Oh, da ist noch einer. Da ist noch jemand! Ja, das ist noch jemand. Zwei, nur zwei rechts vom Baum ist einer. Auf 20 Grad Norden. Genau da, rechts hinter dem Baum. Ich hab mir keine Muni mehr. Ah, ich hab keine Muni mehr. Ja, wir sind am Arsch. Soll ich ihn laufen, Pistl? Boys, Bettgranatenzeit. Okay, ich glaub hier ein Pistfight, Alter. Der Granate fliegt, Bettgranate fliegt. Oh, drauf, 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 drauf! Zweiter Bleistgranate! Eine Pistl, eine Pistl, au! Ja, egal, gib ihm, Alter. Nimm den mit der Pistl, den mit der Pistl. Ja, ich brauch Hilfe. Ja, ich brauch Hilfe. Ja, das kann ich noch. Ich brauch Hilfe. Ja, ich geh auf den mit der Pistl. Wir geht, wir geht! Okay, Leute. Yes! Ach du! Ach du! Das ist ja der letzte. Da wird Alex, Alex, geht weg! Bistfight ihn, Alter! Komm her, na, Rose, in 2, da auch noch! Scheiß drauf! Dock den aus, dock den aus! Bin auf mich geschossen oder schießt einer von euch! Ich schieße, ich hab' eine Töne. Sehr gut! Jaaa! Ein Energy Drink! Männlichkeit, Alter! Ist mein so. Maximale Männlichkeit, was geht, ey! Sorry, falls ich dir gerade irgendwas weggenommen hab', ich hab' einfach nur das genommen, was ging. Boah, dieser Adrenalin-Push hier, ey. Ja, raus aus dem Bereich. Habt ihr den Typen schon gelootet hier? Ja, der hat ja nichts. Okay, gut.